Kann das vom Traumschiff sein, James Last, der Dinamarsch? Ja, genau, der ist es. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Willkommen in der Hochzeits-DJ-Akademie. Mein Name ist Thorsten. Und ich bin der Maik. Und hier im Podcast, da geben wir dir Tipps zu Musik-Marketing. Und wir beantworten deine Fragen, damit du als Hochzeits-DJ erfolgreicher wirst und mehr Aufträge bekommst. Hier bist du genau richtig, wenn du als Selbstständiger-DJ durchstarten willst, ohne von anderen Firmen oder Agenturen abhängig zu sein. Und die ganzen Notizen zur heutigen Folge, die findest du bei uns auf der Webseite unter hochzeits-DJ-Akademie.de-hochzeitstorte. Oh ja, die Hochzeitstorte. Für mich immer ein persönliches Highlight, weil dann kann doch mal ordentlich geschlemmt werden. Aber heute wollen wir uns nur einem Teil der Torte widmen. Wir haben mehrere Fragen von euch bekommen, also von euch, liebe Hörer, direkt. Der eine auf dem Anrufbeantworter, der andere hat uns ein bisschen was per Mail oder per Facebook geschickt. Und den Fragen oder diesen Fragen wollen wir uns heute annehmen und diese für euch beantworten. Bevor wir jedoch damit starten, haben wir natürlich wieder einen Song-Tipp der Woche für euch. Welchen haben wir uns rausgesucht, Thorsten? Und das ist heute eine Rock-Nummer, die führen Mike und ich gleichzeitig oder parallel in den besten Rock, in den Listen zum besten Rock-Songs überhaupt. Wir reden über Ram Jam mit Black Betty. Und wenn wir jetzt Glück haben, dann singt Mike davon noch was. Ich möchte jetzt nicht nochmal ins Mikrofon singen, das haben wir eben bei der Post-Production schon gehabt, das möchte ich niemandem antun. Aber Ram Jam und Black Betty, ein Brett, einfach ein Rock-Music-Brett. Produziert oder veröffentlicht im Jahr 1977 und die 70er Jahre, die haben sowieso so richtig geile Rockmusik gehabt. Da gab es noch richtig schön diese großen Bands und Ram Jam mit Black Betty gehört zu einem dieser Top-Hits. Also auf jeden Fall zu meinen persönlichen Top-Ten, auf jeden Fall mit dazu. Wie ist das bei dir? Spielst du den auf Hochzeiten? Ja, bei Hochzeiten eher weniger, aber wenn ich merke, obwohl ich denke da an eine Hochzeit von vor einem Jahr zurück, da habe ich den auch gespielt. Das ist halt so, wenn, ja, so diese Klassik-Rock-Nummern und wenn ich merke, so die Stimmung geht in die Richtung, da gehört natürlich Ram Jam. Das ist einfach, das Lied ist nicht aggressiv, ist schon rockig, aber da kann halt irgendwie jeder mitgerufen. Ganz genau. Also gerade bei dem Song, der fängt ja richtig schön, wie gesagt, mit so schönen Bassschlägen an und so weiter und wenn dann die E-Gitarre reinsetzt, erkennt man ihn. Und wenn dann noch der Refrain mitgesungen wird, singen meistens auch die Gäste mit dir aus diesem Song genauso abfahren wie ich zum Beispiel selber. Meistens singe ich sogar noch lauter mit auf den Gästen. Das habe ich gerade, äh, als die Gäste, das habe ich am Wochenende erlebt. Ich war auf einem 60. Geburtstag und da war natürlich die Rockmusik aus den 70er und 80er Jahren gefragt ohne Ende und Ram Jam Black Betty war eins der Highlights. Besonders bei dem Song, das ist aber auch wirklich so einer der wenigen Songs, die haben so eine ganz besondere Wirkung, wenn der ankommt oder wenn der startet und die Leute kommen auf die Tanzfläche drauf, dann sind die sofort von hier auf da in dem sogenannten, ich nenne das jetzt mal Flow-Zustand. Die sind super fokussiert auf die Musik, auf diesen Song, leben diesen Song richtig und geben da richtig Vollgas und das ist sehr, sehr stimmungsfördernd auf so Feiern. Bei einem 60. Geburtstag, da hatte ich den auch gespielt und da kam der eben wirklich super gut an und das war der ausschlaggebende Punkt dann für einen Blogpost, den ich neulich geschrieben habe, eben über die 21 größten Rock-Hits aus den 70ern und 80ern, glaube ich, war das und da auf dieser Liste steht Ram Jam auf Platz 3. Ist ja geil und bei mir ist er auf meinem YouTube-Video drin mit meinen Lieblings-Top-10-Klassik-Rock-Songs der 70er Jahre. Da ist Ram Jam Black Betty auch mit dabei, also der gehört auf jeden Fall mit dazu. Den wichtigsten Tipp, den wir aber zu diesem Song haben, spielt ihn bitte nicht zur Hochzeitstorte. Ja, dazu kommen wir gleich, denn dazu haben wir eine Hörerfrage von Markus bekommen. Hallo Thorsten, hallo Mike, hier ist der Markus aus Hamm. Ich hätte folgende Frage und zwar geht es um den Bereich im Rahmen einer Hochzeitsfeier, wenn zum Beispiel die Hochzeitstorte verspreist wird, inwiefern man da musikalisch überbrücken kann. Klar, natürlich die goldene Regel, was chillig ist und nicht zu aufdringlich, allerdings wäre da so meine Frage, was ihr für Tipps habt, was ganz gut ankommt, vielleicht sogar speziell themenbezogen, also Stichwort Torte, Udo Jürgens, bitte mit Sahne. Also irgendwelche Titel, bei denen die Gäste sich denken, Mensch, da hat sich der DJ was dabei gedacht. Euch eine schöne Woche und besten Dank. Schönen Gruß, tschüss. Markus spricht ja ein Highlight von der Hochzeit an, die Hochzeitstorte und wie es Brautpaar das anschneidet. Ich kann mich noch an unsere Hochzeit erinnern, wir hatten keine Hintergrundmusik, aber Mike, du hast einige Songs und soweit ich mich erinnere, ich glaube in HDJ17 haben wir auch schon mal darüber gesprochen, über die Superhits oder über Lieder, die du spielen kannst, wenn die Hochzeitstorte angeschnitten wird, weil da ist ja jetzt nicht unbedingt so Tanzflächenaktion gefragt. Nein, Tanzfläche ist natürlich da nicht gefüllt, weil es ist ja ein sogenannter Programmpunkt, der den Abend im Endeffekt unterbricht. Wenn du Glück hast, kommt die Hochzeitstorte noch vor der Tanzeröffnung, damit die, ich sag mal, zur Party nicht auf gut Deutsch vor die Füße gestellt wird und die Party ruiniert. Manchmal ist es aber auch so, sie kommt um Mitternacht und dann ist die Party, hat eine deutliche Unterbrechung. Im Idealfall kommt sie aber, wie gesagt, vor der Tanzeröffnung zum Beispiel zum Dessert nach dem Gängemenü des normalen Essens. Und hier kannst du natürlich solche Programmpunkte wie die Hochzeitstorte als DJ auch ideal begleiten. Also da gibt es besondere Songs, die kannst du als Untermalung nehmen. Zum Beispiel, ich sage mal, wenn die Hochzeitstorte reinkommt oder kurz bevor die reinkommt, da spreche ich immer mit der Location ab und sage denen, ey, wenn ihr später die Torte reinbringt, sagt mir unbedingt ein, zwei Minuten vorher Bescheid, damit ich das Licht und die Atmosphäre ein bisschen anpassen kann und auch einen speziellen Song für das Brautpaar spielen kann, damit natürlich auch Gäste mitkriegen, oh, da vorne passiert jetzt irgendwas, irgendwas ganz Besonderes und dass Gäste natürlich auch dabei sind, wenn das Brautpaar später die Hochzeitstorte anschneidet. Weil das ist halt ein besonderer Moment und das wäre ärgerlich, wenn die Gäste das gar nicht mitkriegen, wenn die Torte vorne reingetragen wird, sondern die sollen das mitkriegen und sollen dem Brautpaar in diesem besonderen Moment natürlich auch zufiebern, zu klatschen, dabei sein, einfach wenn das Brautpaar diese Torte anschneidet. Das erinnert mich jetzt so, wenn diese Zeremonie, da habe ich sofort an die Wunderkerzen vom Traumschiff gedacht, wenn so diese Torte reingebracht wird und da musste ich zurückdenken an die Folge mit Christine, so mit den Wunderkerzen und was das für ein Albtraum für eine Fotografin ist. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, wir sprechen heute nicht über Bilder, sondern über die Musik dazu. Und hast du meinen Wink verstanden mit dem Zaunfall, wenn ich das Traumschiff angesprochen habe? Natürlich. Das ist ganz klar. Also ich sage mal, der ein oder andere Hörer kennt wahrscheinlich diese Traumschiff-Melodie aus der Serie Traumschiff. Da gab es, ich habe jetzt den Namen gar nicht im Kopf. Hugo Strasser oder irgend so ein Ding? Nee, ich müsste jetzt bei mir ins Archiv gucken. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht im Kopf drin, wie sich es gerade nennt. Traumschiff Surprise. Nee, Traumschiff Surprise war wieder was anderes. Zumindest gibt es diese Titelmelodie von dem Traumschiff und die eignet sich zum Beispiel besonders dafür, wenn die Torte reinkommt, dass man den als Hintergrund spielen kann. Ansonsten ist es für dich als DJ natürlich immer viel, viel wichtiger, sprech doch einfach mit deinem Brautpaar darüber, um zu sagen, hey, wenn die Torte abends kommt, wollt ihr einen speziellen Song haben, den ich dann mit einspielen kann, damit ich diesen besonderen Moment für euch untermale. Habt ihr da irgendwas, was ihr speziell haben wollt? Dann sagt das Brautpaar vielleicht, ja, wir haben da einen Song, den wollen wir haben oder das und das eignet sich besonders gut dafür. Manchmal ist auch ein Brautpaar dabei, die sagen, nee, das kannst du gerne machen, wie du es möchtest. Deswegen will ich dir jetzt einfach mal ein paar Songs mit an die Hand geben, die ich zum Beispiel sehr, sehr gerne benutze. Ich benutze auch nicht immer ein und denselben, weil es einfach auch von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Brautpaar zu Brautpaar unterschiedlich ist oder auch für die ganze Atmosphäre einfach förderlich ist. Kann es vom Traumschiff sein, James Last, der Dinnermarsch? Genau, der ist James Marsch, James Last und der Dinnermarsch, genau, ist einer dieser Songs, die sich hier wirklich wunderbar für eignen. Ein anderer, sehr, sehr häufig genommener ist zum Beispiel von Vangelis. Aus den 90er Jahren gab es den Song Conquest of Paradise, der wurde damals verwendet für Henry Muske, den großen Boxer, wenn der eingelaufen ist, wurde dieser Song sehr häufig gespielt. Und natürlich nicht zu vergessen, Mike, als Filmfreak 1492, da kommt das Ding auch drin vor. Zum Beispiel, ganz genau. Und der eignet sich besonders gut, weil der einfach Höhen und Tiefen hat, rein instrumental ist, wenn die Torte reinkommt und wenn sie angeschnitten wird. Was sich auch häufig sehr, sehr gerne von Brautpaaren sich bei mir gewünscht wird, ist zum Beispiel auch der Fluch der Karibik, diese Titelmelodie, die ja im Original von Klaus Badelt ist. Du kannst natürlich auch die Techno-Version von Scotty spielen, je nachdem, worauf du Bock drauf hast. Aber die eignet sich auch wunderbar. Hast du noch was, was du zum Beispiel gerne verwendest? Ja, ich habe jetzt irgendwie so ein Déjà-vu an die HDJ-17-Folge, weil da haben wir, glaube ich, über diese drei Lieder auch gesprochen. Dann habe ich damals noch David Garrett empfohlen mit den unterschiedlichsten Varianten. Da legt der so die ganzen aktuellen Popnummern neu auf, so mit dem Geigensound, finde ich, kommt auch gut an. Und natürlich, Conquest of Paradise ist so ein Klassiker. Ganz genau. Mir fällt jetzt noch höchstens ein, aber das benutze ich eigentlich eher lieber an Silvester, ist die Star-Wars-Musik. Ach, das ist natürlich auch gut. Also, das ist auch kurze Zwischengeschichte, genau. Der Star-Wars-Theme wird sich zum Beispiel auch häufig von meinen Brautpaaren gewünscht. Oder manche möchten auch diesen Darth Vader-Theme haben, diesen Imperial Marsh, wenn die Torte reinkommt und diese Darth Vader-Hymne kommt oder auch die Star-Wars-Hymne. Das ist meistens Brautpaare, die auch sehr, sehr große Filmfreaks sind. Die wollen sowas zum Beispiel haben. Und da mal so ein kleiner Insider-Tipp, den ich sehr, sehr gerne verwende. Wenn du ein Brautpaar hast, was sich was aus Star-Wars wünscht, zum Beispiel zur Torte, und die Torte kommt rein und du spielst diesen Star-Wars-Theme oder diesen Imperial Mars von Darth Vader und der geht zu Ende, dann spiel doch mal direkt danach diese sogenannte Cantina-Band-Music oder diesen Cantina-Marsch. Das ist ein Riesending aus Star-Wars und ich sag dir, wenn du Gäste hast, die auf Star-Wars spielen, die feiern diesen Song danach richtig ab. Das funktioniert bei mir immer richtig gut. Also es ist einfach mal ein Tipp, den ich dir jetzt als lieber Hörer einfach nur mal mit in die Hand geben möchte. Zusätzlich verwende ich aber auch sehr, sehr häufig, wenn eine Torte reinkommt, zum Beispiel die Archies und Sugar-Sugar. Das ist so ein Klassiker, ja. Das ist ein richtiger Klassiker. Da grooved einfach alles mit, wenn es heißt Sugar, te-te-te-te-te-te-te und die Leute singen mit. Zudem kannst du, wenn die Torte reinkommt, auch jeglichen Song verwenden, der zum Beispiel das Wort Sugar im Namen mit drin hat. Ich nenne jetzt einfach mal nicht nur die Archies und Sugar-Sugar. Weißt du, was mir da jetzt noch einfällt? Jetzt kommt's, Robin Schulz mit Sugar. Nee, das wäre mir zu aggressiv. Nee, da gibt's doch auch so einen 60er-Dings-Klassiker. Sweets for my Sweet oder Sweets for my Sweet. Genau, doch, der heißt Sweets for my Sweets, Sugar for my Honey. Genau. Genau, kann man auch wunderbar verwenden. Wer es aktueller mag, wie gesagt, Robin Schulz und Sugar kommt zum Beispiel im Nachhinein noch mit vor. Oder Maroon 5 und Sugar. Dieser Song ist einfach supergeil, versprüht supergeile Laune. Und deswegen kann ich dir den auch sehr, sehr gerne empfehlen. Da haben wir jetzt drei Lieder schon mit Sugar. Was du natürlich für eher so eine schlagerorientierte Fraktion machen könntest, wäre so Klassiker Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne, oder? Der gehört mit dazu. Also wenn du deutsches Publikum hast, Leute, die auf deutsche Musik stehen, dann spiel auf jeden Fall Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne. Die Leute kennen den Song, die grooven mit. Und im Refrain-Part singen die auf jeden Fall auch noch mit. Und ansonsten, was ich zum Beispiel auch noch verwende, das ist für mich aber so ein kleiner Insider-Tipp zum Beispiel noch mit dabei. Ich habe mal einen Song gefunden, der war von The Fat Red. Der nannte sich Mono D. Der ist auch rein instrumental. Total hört sich so ein bisschen an wie Mike Perry's On The Ocean zum Beispiel. Den habe ich auf einer Hochzeit auch mal verwendet, weil er einfach in die Atmosphäre mit reingepasst ist. Aber ansonsten gibt es deiner Kreativität, da keine Grenzen zu setzen. Wie gesagt, wenn du Vangelis Conquest of Paradise spielst, könntest du auch Chariots of Fire von Vangelis spielen. Probier es einfach mal aus. Hör dir die Titel mal rein. Wir listen sie dir in der Podcast-Beschreibung auf jeden Fall nochmal mit auf, sodass du direkt gucken kannst, welcher von den Songs ist für dich interessant, welchen könntest du gebrauchen und welchen kanntest du zum Beispiel noch gar nicht. Ja, so in die Richtung ging und die Frage von Markus einfach auch so, welche Tipps haben wir noch und wie lang ziehst du dann so eine Pause hin? Also wenn das Gesetz den Fall, wir machen jetzt die Hochzeitstorte, kommt nicht als Dessert-Krönung, krönender Abschluss dann am Schluss, sondern kommt mittendrin, sagen wir mal um 0.30 Uhr, wenn die Party eigentlich schon voll am Laufen ist. Gerade hier muss man deutlich unterscheiden, weil Markus hat ja gefragt, was macht ihr, während die Torte verspeist wird in diesem Teil? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie wir vorhin gesprochen haben. Das, was du jetzt gesagt hast, die Torte kommt nachts zur Party um 0.30 Uhr oder sie kommt nach dem Hauptgang als Dessert, mit dem Dessert zum Beispiel, noch vor der Tanzeröffnung. Da mache ich es zum Beispiel dann meistens so, dann spiele ich nochmal so ein 80er-Jahre-20-Minuten-Mix, den habe ich vorgefertigt, schon bekommen, den lasse ich dann einfach im Hintergrund nochmal laufen, dass die Gäste einfach nochmal ein bisschen ruhig haben, weil hier ist noch keine Party-Laune mit dabei. Es kann aber auch mal passieren, dass ich das einfach alles so weit nach hinten verzögert habe, dass die Torte erst um 22 oder 23 Uhr kommt und es noch keine Tanzeröffnung stattgefunden hat. Dann merke ich, die Leute sind schon in Tanzbereitschaft, können aber noch nicht tanzen und müssen einfach noch mit noch einer Unterbrechung, wie mit der Torte, rechnen. Dann tue ich dieses Vorprogramm aktiv gestalten und fange schon an mit einem Vorprogramm, mit einem Party-Modus. Und da kannst du auch wirklich sehr, sehr geil Gas geben. Und da verwende ich auch noch Songs, die die Leute mittlerweile kennen, die aber trotzdem was mit Hochzeitstorte, sommerlicher oder guter Laune zu tun haben. Zum Beispiel aktuell gerne ist zum Beispiel, wenn die Torte kam, spiele ich direkt danach, wenn du es noch kennst, den Song aus der Lagnese-Werbung So schmeckt der Sommer. Kennst du den noch? Nee, nicht wirklich. Du hörst jetzt meine Stimme auch schon, dass ich das hier begeistert bin. Das ist ein Lagnese-Song, ganz bekannt. Ist mit Liebe verbunden, mit Sommer, mit guter Laune, also all das, was eine Hochzeit auch untermalt. Da kannst du auch Like Ice in the Sunshine spielen. Das hört sich dann ungefähr so an wie die Kinowerbung. Möchten Sie noch ein Eis kaufen? Der ist nicht ganz so schnell. Aber die Leute bringen es, wie gesagt, mit Lagnese in Verbindung. Und ich spiele auch Like Ice in the Sunshine, wenn die Torte eine Eistorte ist. Okay. Dann spiele ich wirklich Lagnese, Like Ice in the Sunshine, weil es einfach perfekt dazu passt. Wenn es aber eine normale Hochzeitstorte ist und wir abends schon ein bisschen Stimmung brauchen, dann spiele ich So schmeckt der Sommer, aber nicht in der Originalversion, sondern in der Version von Gestört, aber geil aus dem letzten Jahr. Dann ist das schon so schön auf dem Housebeat gemacht. Trotzdem schön die Akustik drin, der Frö ist gemacht. Und den Song kann man verwenden. Und die Gäste singen einfach schon mit, weil sie diesen Song natürlich kennen. Er hat einen geilen Beat. Sie grooven schon mit. Und direkt danach kann man Gas geben und das auch schon ein bisschen hochjagen. Und wenn man sowieso bei deutschen Texten ist, spiele ich zum Beispiel sehr, sehr gerne von Stereo Act die Nummer 1. Die ist sowieso gerade so ein bisschen der Renner. Hat auch viel mit Hochzeiten in Verbindung zu bringen, auch wegen dem Thema Liebe und so weiter. Und trotzdem groovig. Und da kann man auch schon so langsam ein bisschen hausiger werden. Robin Schulz, Felix Jehn, alles, was gerade so ein bisschen aktuell ist. Damit du die Party schon so ein bisschen zum Schwung kriegst, so ein bisschen zum Laufen kriegst, obwohl noch keine Tanzeröffnung stattgefunden hat. Ja, dafür verwende ich, ich komme nicht drauf. Ich habe jetzt im Hintergrund geschaut, wie das Ding heißt. Das muss von Robin Bridgewater sein. Das ist so eine, ich kann es ja schwer beschreiben, so eine 116 BPM Nummer. Die geht ziemlich in die Beine. Und die spiele ich immer so, gerade wenn die Gäste noch am Essen sind, wenn ich merke, so Dessert, es geht langsam dem Ende von dem ganzen Essen zu und einfach um die Stimmung so ein bisschen anzuziehen, so unterbewusst. Robin Bridgewater, ich werde das ergänzen in den Notizen einfach zu dieser Folge, wie der Song heißt. Der gefällt mir ziemlich gut. Okay, höre ich gerne mal rein, weil auch den kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Und für mich ist neue Musik natürlich auch da mal interessant, um zu sehen, was spielen andere DJs, was verwenden die, weil man will ja als DJ nicht immer dasselbe spielen, weil irgendwann kommt man einfach in diese Trott-Routine rein und die ist wirklich nicht sehr cool. Gut, die andere Möglichkeit, wie gesagt, die Torte kommt um Mitternacht, die Party ist schon am Toben, es gibt eine Unterbrechung, die Torte kommt, du spielst einen Einmarsch, je nachdem, ob du jetzt Star Wars, Fluch der Karibik oder aber bitte mit Sahne spielst, wenn die Torte reinkommt, bleibt dir überlassen. Wie machst du da weiter, wenn die Torte schon verspeist wird? Also da würde ich ein Lied spielen, aber danach weitermachen mit der Party und wirklich den Druck einfach oben halten. Nicht so, dass das dann in so einer Sitzveranstaltung endet. Also da, die Gefahr sehe ich da immer. Genau so mache ich das im Endeffekt auch. Das heißt, die Torte kommt, es kommt ein Einmarschlied, dann wird die Torte eingeschnitten, dann kommt auch noch ein Lied dazu und dann hänge ich maximal noch einen Song dran, der diese Hochzeitstorte untermalt und direkt danach, während die Torte noch verteilt wird oder verspeist wird, mache ich auch gerne kurze Ansage und sage, super lecker, die Hochzeitstorte, wer sie noch nicht probiert hat, sollte das unbedingt tun und für alle Tänzer, wir starten weiter mit der Party und dann geht es direkt mit einem Brett auf der Tanzfläche weiter, sodass die, die tanzen wollen, im Endeffekt keine wirkliche Unterbrechung zu erleben haben, sondern direkt auf der Tanzfläche weitermachen können und ob du dann, ich sag mal, mit Sing Halleluja-Tanzer, Cuduro oder keine Ahnung, was deine Top-Favorites sind, um eine Party wieder zu eröffnen sind, kannst du direkt wieder mit loslegen. Also da musst du wirklich dann die Brecher auspacken. Dann packst du einen dieser, ich sag mal, 10, 20 Top-Brecher, wo auf gut deutschen Tanzflächen Garantie oder eine volle Tanzfläche garantiert ist, packst du mit rein, weil die funktionieren in der Regel dafür gut und für solche Momente sollte man die auch im Endeffekt im Petto haben. Gut, also ich glaube, damit haben wir die Frage von Markus ganz gut beantwortet und hoffentlich, Markus, hast du jetzt genug Tipps für die Musik mitbekommen, die wir dir einfach empfehlen können. Probier es einfach aus und mit denen, ich glaube, wir müssten mittlerweile 10 Lieder zusammengesammelt haben, da dürftest du ganz gut dein Repertoire ausbauen können. Wir haben aber noch eine zweite Hörerfrage, die wurde uns jetzt nicht auf Band gesprochen, aber sie wurde uns, ich sag mal, zugespielt oder mir wurde einfach die Frage gestellt. Das klingt schon ziemlich so, oh, Mike, werden die Fragen heimlich bei Facebook zugespielt. Vielleicht hat sie mir auch eine mit einem Briefumschlag und der Tür durchgeschoben, das könnte natürlich auch sein. Wir wissen, wo du wohnst. Da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Genau, wir wissen, wo dein Haus steht. Das war zum Thema Tanzeröffnung und da wurde mir einfach nur die Frage gestellt. Jemand sagte zu mir, ich habe ein Brautpaar, das möchte erst die Tanzeröffnung für zwei Tanzen, dann mit den Eltern und dann nochmal im gleichen Lied mit den Großeltern. Sag mal, wie kann ich das denn machen, ohne die Leute nervig zuzulabern, aber sie trotzdem darauf hinzuweisen, wie das passieren soll? Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Die wollen drei Tänze mit jeweils dem gleichen Tanz machen oder einen Eröffnungstanz und dann jeweils mit den Eltern und Großeltern die identische Musik. Genau, so habe ich das auch verstanden. Die wollen erst einen Eröffnungstanz zu zweit machen und dann ein nächstes Lied. Da wollen sie erst mit den Eltern tanzen und während dem Lied sollen die wechseln und sollen nochmal mit den Großeltern zusammen tanzen, das Brautpaar. Und erst wenn das vorbei ist, dann dürfen die Gäste auf gut Deutsch auf die Tanzfläche. Und er hat mich halt gefragt, wie kann ich das denn den Leuten klar machen, ohne die irgendwie nervig zuzulabern oder so, damit man das irgendwie koordinieren kann. Da würde ich als erstes mal mit den Eltern und Großeltern sprechen, oder? Dann musst du die nicht live mitnehmen und denen das erklären, was sie jetzt machen müssen, sondern die wissen schon mal, wie das ablaufen wird und dann würde ich den Song, kommt darauf an, was für ein Song das auch wirklich ist. Ist es so ein 230 Nummer, die du durchlaufen lassen kannst oder ist es ein 4 Minuten Song, wo du in der Mitte vielleicht einfach einen Cut machst und so und jetzt bitte die Großeltern. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ich habe das ja fast jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende, dass nicht nur alleine als Brautpaar getanzt werden soll, sondern auch gerne nochmal mit den Eltern und manchmal ist es auch so, dass wie gesagt wirklich die Großeltern dazukommen. Da ist mir wichtig, das bespreche ich auch immer mit dem Brautpaar im Vorfeld, dass man diese Zeit für diesen gesamten Teil nicht zu lange zieht, weil die Gäste, die drumherum stehen und dazu mitfiebern im Endeffekt, für die sind 2 Minuten schon lang, 3 Minuten noch länger. Wenn du sowas auf 4 oder 5 Minuten ziehst, um einfach 2 komplette Lieder hintereinander zu spielen, die ja manchmal sogar 6 oder 8 Minuten dauern können, da bist du mit der Aufmerksamkeitsspanne nach 4 Minuten einfach schon so da, dass du gar keinen Bock mehr hast, überhaupt noch zuzugucken, sondern dich am liebsten hinsetzen würdest oder wenn du selber tanzen willst, am liebsten selbst los tanzen lassen würdest. Das spreche ich auch wirklich offen und ehrlich mit meinem Brautpaar an, um das Ganze zu koordinieren. Cuttest du die Lieder dann runter? Also nimmst du dann bloß 30 Sekunden Version in eine Minute oder? Nein, ich mache das ganz, ganz anders. Ich sage mit dem Brautpaar immer, zuallererst habt ihr euch den Song ausgesucht, zu dem ihr ganz alleine tanzen möchtet. Den spiele ich euch ein, den könnt ihr auch los tanzen und auf gut Deutsch nach anderthalb bis zwei Minuten hole ich dann, sage ich, das waren eure Ehrenrunden. Nun bitte ich die Brauteltern auf die Tanzfläche und dann darf das Brautpaar mit den Brauteltern tanzen, den Song zu Ende. Danach starte ich den zweiten Song und während der Song startet, sage ich vielen Dank und zu guter Letzt darf ich nochmal die Großeltern auf die Tanzfläche bitten für eine besondere Ehrenrunde. Lass die dann nochmal 30 Sekunden oder eine Minute mit denen alleine tanzen. Dann mache ich eine kurze Zwischenansage und sage vielen Dank für diesen besonderen Tanzmoment. Nun ist die Tanzfläche freigegeben für alle anderen. Lass den Song weiterlaufen, damit alle anderen Gäste einfach auf gut Deutsch mit einsteigen können und den Song mit dem Brautpaar, mit den Eltern und den Großeltern zu Ende tanzen können. Also das ist genau der Knackpunkt. Du nimmst nicht das zweite Lied für beide Tanzrunden, sondern du nimmst das erste Lied für die ersten beiden Tanzrunden und das zweite Lied muss dann schon so gut sein, dass nach einer Minute irgendwie die komplette Hochzeitsgesellschaft mittanzen kann. Das ist unterschiedlich. Also im Regelfall ist das ein Idealfall, wie es funktionieren sollte. Manchmal habe ich aber auch Brautpaare, die sagen, nee, wir haben sogar noch eine Choreografie auf den ersten Song gehabt, deswegen muss der erste Song für uns alleine komplett durchgetanzt werden. Dann ist das halt manchmal so. Dann sage ich zu dem, du drei bis vier Minuten, auch wenn ihr eine Choreo habt, ist sehr, sehr lang. Wenn danach noch die Eltern und die Brauteltern kommen sollen, kann ich das machen, dann müssen wir das aber deutlich verkürzen. Dann ist es aber wirklich so, dass ich den allerersten Song dem Brautpaar komplett alleine durchtanzen lasse und wenn ich den nächsten Song starte, hole ich erst die Eltern dazu, 30 Sekunden bis eine Minute, dann hole ich die Großeltern dazu, auch wieder 30 Sekunden bis eine Minute, damit es ganz schön verkürzt ist, der Moment aber trotzdem genossen werden kann und dann hole ich die Gäste dazu. Ja, das ist die Kombination dann einfach die Wünsche vom Brautpaar in der Kombination, was wünschen die sich für Musik und was wollen die Großeltern dann auch noch hören. Das ist eine schwierige, schwierige Sache, ja. Grundsätzlich ja, wichtig ist trotzdem einfach auch mit dem Brautpaar drüber zu sprechen, denen ihre Wünsche natürlich zu berücksichtigen und zu beherzigen. Gerne können wir als DJs mit unserer Erfahrung dem gerne einen Tipp geben und sagen, du, wir haben, ich sage auch manchmal zum Brautpaar, sage ich du, wir haben bessere oder ich habe bessere Erfahrungen gemacht, wenn wir das Ganze ein bisschen verkürzen und euch nicht vier oder viereinhalb Minuten von dem ersten Lied komplett alleine durchtanzen lassen, weil dann verlieren die Gäste, die drumherum stehen, die Aufmerksamkeit und die sollen euch bei eurem besonderen Moment ja zufiebern, genauso auch bei dem Elterntanz und bei dem Großelterntanz. Lass uns das doch verkürzen, was haltet ihr davon? Und dann sagen die mir ehrlich die Meinung und dann sagen die entweder, ist ein guter Tipp, danke für deine Erfahrung, so haben wir das noch gar nicht gesehen und dann machen wir das auch so und es funktioniert dann auch perfekt an dem Abend. Manche Brautpaare vielleicht durchtanzen, weil wir halt eine Choreo haben, dann richte ich mich danach. Dann ist das einfach so. Dann muss ich als DJ mit umgehen. Deswegen sind wir ja ein bisschen flexibler und sind ja Allrounder, dass wir einfach alle Variationen auch einfach berücksichtigen können. Ja, das ist so der Trick wie mit den Stehtischen, dass du einfach die Leute schon mal hoch bekommst. Mir fällt jetzt da bloß ein, vielleicht sollten wir wirklich mal eine Folge machen über die Aufmerksamkeitsspanne, weil das immer wieder Thema ist. Und als ich neulich Musik gekauft habe, da ist mir aufgefallen in den Charts, da gibt es mittlerweile Lieder, die sind nicht mal mehr 3,30 lang, sondern bloß noch 2 Minuten 30, wo ich mir denke, geht es echt in die Richtung, dass die Leute keine Aufmerksamkeitsspanne haben. Beim Tanzen sieht das vielleicht noch ein bisschen anders aus, wenn da andere Leute außenrum stehen. Ich habe da jetzt an, wie heißt denn diese, was ist das, RTL-Dance-Show, die tanzen glaube ich 90 Sekunden, ist da eine Choreografie. Und das wird dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der magische Moment sein, wie lange Leute zuschauen wollen, wenn es Brautpaar tanzt. Also wir haben ja selber gemerkt, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Gästen die letzten Jahre deutlich abgenommen hat. Das hat aber auch mit Handys und so weiter zu tun, wo man ständig drauf guckt, wenn man sich irgendwo langweilt oder gerade lieber woanders sein möchte. Das hat einfach, wie gesagt, mit den Menschen zu tun. Gerne können wir da mal eine eigene Folge drüber machen, weil auch da, denke ich mal, haben wir viele coole Ansichten, viele coole Tipps, die wir auch an Hörer geben möchten, wie man zum Beispiel mit umgehen kann, gerade im Zeitalter der Handys, dass man einfach die Leute einerseits mit der Aufmerksamkeit bei einem hält, auf der Tanzfläche hält, sodass es nicht so langweilig wird, dass die ruckzuck die Tanzfläche wieder verlassen. Ich glaube, da haben wir bald überhaupt keine Option mehr, weil einfach diese Aufmerksamkeitsspanne gibt da schon so den Witz, dass ein Goldfisch schon, glaube ich, der hat eine Aufmerksamkeitsspanne von sieben Sekunden und dass die Menschen sich dem nähern, dass wir bald unter sieben Sekunden liegen. Den Goldfisch, das kann ich jetzt noch gar nicht. Finde ich aber super geil. Also, lieber Hörer, wenn du Bock mal hast auf ein paar Tipps über das Thema Aufmerksamkeits und Aufmerksamkeitsspanne und wie man Gäste eher auf den Tanzflächen halten kann mit ein paar Tipps und Tricks, dann schreib uns doch einfach direkt hier unter dieses, unter diese Podcast-Folge drunter. Sag, ey, ich hätte Bock auf so eine Folge. Dann wissen wir darüber Bescheid und dann machen wir das gerne mal für dich. Und wenn du die Folge in deinem Podcatcher-Programm hörst, dann kannst du uns gerne auch auf der Internetseite besuchen. Die ganzen Notizen, die Musikwünsche, alle Tipps und Tricks, die du bei der Tanzeröffnung anwenden kannst, das findest du alles bei uns auf der Internetseite unter hochzeitsdj-akademie schrägstrich Hochzeitstorte. Genau, das waren die beiden Fragen, die wir heute beantwortet haben zum Thema Hochzeitstorte und zum Thema Tanzeröffnung. Wenn auch du Fragen hast, schreib sie uns einfach direkt hier unter die Folge drunter oder sprich sie uns auf unseren digitalen Anrufbeantworter. Ansonsten, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du uns wieder zugehört hast. Wir sehen uns in der nächsten oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Wir machen immer noch keine Videos hier. Ja, genau. Ich bin so in der Videoroutine drin, weil ich vorhin gerade erst ein neues Video für meinen YouTube-Kanal aufgezeichnet habe. Wunder dich da nicht drüber. Super. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast oder dass du uns zugehört hast, lieber Hörer. Wir sehen uns oder wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.